AHHHHH! Geben wir rein. Chillers Art. Parasocial. Der Wecker klingelt. Oh, ich kann mich schon umgucken. 19,30 stream. Hier geht gerade noch gar nichts. Okay, es war anscheinend einfach nur eine Info. Ah! Jetzt gemacht. Chillers Coffee. Können wir hier einfach mal irgendwen anrufen? Du hast eine neue Nachricht. Ja, die würde ich gerne lesen. Enter. Aha. Das Nikoyaga, was ich gemacht habe, ist im Kühlschrank. Ich weiß nicht, was Nikoyaga ist. Ich habe keine Ahnung. Ist das Nikoyaga von Asuka? Und vor allen Dingen, das Schlimme ist, wahrscheinlich heißt das nicht mal Asuka, sondern irgendwie Asuka oder irgendwie sowas. Hundertprozentig. Ich mit meinen japanischen Künsten, ey. Das wird noch kritisch. Mein Arbeitskollege fährt jetzt, glaube ich, ab nächster Woche fliegt er für drei Wochen nach Japan. So, also. Natürlich, wenn man aufsteht, erstmal was futtern. Kaltes Nikoyaga. Soll anscheinend in die Mikrowelle. Aber das sieht ganz cool aus, oder? Aber mit der Folie? Jeder weiß doch, dass man erst die Folie abmacht. Warum hat man sie in die Mikrowelle parkt? Moin, Meister! Deutsche Synchro, Gott. Ist wirklich so. Ist echt so. Deutsche Synchro ist richtig scheiße gerade. Warm ist Nikoyaga. Aha. Und die Folie ist nicht geschmolzen. Okay. Hm. Wo? Wo soll das Essen jetzt hin? Was ist der nächste Schritt? Okay. Wollte mich immer schweren, dass du mir ein leeres Schlossgerät gibst. Digga, das hing den ganzen Tag an meinem Laptop. Wenn du 80 Jahre wartest, bis du losfährst, hast du selber Schuld. So. Geh live! Okay. Okay, wir sind anscheinend... Also ungefähr, das ist eigentlich mein Setup. Fast eins zu eins. PC benutzen. Ja. Ah, warte, wir müssen noch... Warte, 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 warte. Ich hab's immer noch nicht eingestellt, ne? Dass, dass, dass jemand... Maddy, dass du den Links wechseln kannst. Den, 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 ne? Und so? Nein. Warte mal eben. Die Kategorie... Aber gibt's doch bestimmt nicht, oder? Parasocial. Ob's das gibt. Oh, es gibt's tatsächlich. Was ist das? Ich hab keine Ahnung, ob es das ist. Ich weiß nicht, ob es das Spiel ist, was ich hier spiele. Aber es sieht danach aus. Wir nehmen's einfach. Wir nehmen's. So, weiter geht's. Also, vor jedem Stream. Virtual Me starten. Ein Spiel bereit haben. Stream starten. Okay. Also, wir starten Virtual Me. Ah! Das bin ich. Tachau. Transform. Ups! Ah! Wir können auch einen auf VTuber machen. Ah! Das bin ich. Tachau. Senra Nina. Heute wird es ein guter Stream. 10.000 Abos schaffe ich. Also, die hat ungefähr genau das gleiche Ziel wie ich. Schätze ich mal. So. Nicht mehr lange bis zu den 10.000 Abos. Muss ich jetzt den dritten Bildschirm anschließen und über den Laptop gucken? So. Ein Spiel bereit haben. Anscheinend ist hier das Spiel. Und Stream starten. Okay. Spiel haben wir. Wenn ich mich recht entsinne, kann man im Spiel nicht speichern. Das nervt. Okay. Und der Stream geht an. Wieso kommt der? Oh! Aus dem Stehgreif. 50 Zuschauer. Moin, liebe Zuschauer. 100. Gut. Ich gebe heute mein Bestes. Ich muss nur noch zwei Zettel abgeben. Hoffentlich kann ich es heute durchspielen. Alles klar. Oh, ich muss wirklich spielen. Ja, Mann. Nur noch zwei Stück. Schön, dass du wieder da bist. Freut mich. Freut mich. Grüße dich. Ich hoffe dir geht's gut. Du hast einen schönen Tag. Chingongong. Hast geschafft. Ist so, Brudi. Ist so. Okay. Ein Spiel in einem Spiel spielen. Ist schon ein bisschen strange. I love Nina. Wie weit bist du? Äh, nur noch zwei Stück. Das ist echt so. Mehr dazu mit dem Chat im Game als hier. Ja, hier sind noch 651 Zuschauer. Freunde. Außerdem heißt er sogar eine I love Nina. Ich sehe hier niemanden, der sich I love Zwille nennt. Oder Zwille for President oder irgendwas. Danke, Nina. Du bist jetzt Mod. Okay, das Spiel geht mir grad ein bisschen. 951 Views. Irgendwie ist das Spiel für mich mal schon deprimierend. Das Spiel zu sehen. Wie es klappen könnte. Oder wie es sein könnte. Wie es aber definitiv nicht bei mir ist. Ist halt abgerufen. Ah, ja. Ja. Wenn ich diese drei Zuschauer regelmäßig hätte. Dann wäre er, äh, also... Was nu? Ben weg. Ja. Nicht spoilern. Und die feiern auch einfach mein Gameplay. Die feiern auch einfach hart mein Gameplay. Wie sie mich unterstützen. Raum. Hier sind das Zettel. Rot und Blau brauche ich wohl anscheinend noch. Blau. Oh, was? Aber lest euch mal die... Liest euch das mal durch im Chat. Mach dir nichts draus. Du packst das. Jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen. Nicht spoilern zu können ist echt mies. Kann ich mir doch selber ein Like geben? Genau, hat man ein paar... Hier. Wenn du Lust hast, probier das hier aus. Horrorspiel extra für Syndra Ninja. Die Seite benutze ich immer. Aha, aha. Das Spiel probier ich aus. Löscht ich es jetzt? Der Plan... Die machen sogar... Die entwerfen Spiele zu jedem Stream. Immer ein Update zu dem Spiel. Ich mach... Ich werd VTuber. Ich mach mir auch irgend so'n... So'n virtuelles Gedöns. So, laden wir mal das Spiel runter hier. Ein neues Spiel wurde installiert. Perfekt. Ja, und du weißt ja, ich mach... Ich mach meine... Ich mach meine Charaktere immer extra hässlich. Ist mir hier ganz gut gelungen, oder? Was meinst? Nee, Zwillos, das funktioniert so nicht. Du kannst nicht selber damit anfangen, dich zu dissen. Dann hört's auch wieder auf. Schau mal im Eingang nach. Was ist das? Ja, okay. Okay, es verwirrt mich, weil ich drehe mich mit den... Hä? Ich kann mich nicht durchgehend drehen. Und wenn ich mich hier drehe, drehe ich mich ja nur da. Okay, warte, das war grad... Das ist mir jetzt... Nochmal... Das war dumm. Aber, ah, Mann! Das... Man kann es nicht spielen! Man kann es wirklich nicht spielen! Also, okay, ich brauch ja eigentlich... Warte mal, ich... Ich richte die Maus aus... Und dann brauche ich die Maus ja eigentlich nicht! Aber ich drücke doch mal links! Wieso drückt denn... Geht denn der nach rechts? Ich kann halt auch nicht nach oben oder unten gucken! Und er dreht sich halt nicht durch den Felder! Ich muss immer tippen! Ach, perfekt! Ich brauche nen Code! Okay! Ich brauche nen Code! 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 Sag mal! Da ist ne grüne 4! Wie viel zahlen brauche ich oder brauche ich nur 1? Achso! Grüne 4! Hä? Okay, das macht mich grad ein bisschen... Das geht nicht! Doch jetzt! Grüne 4! Wie soll denn ne grüne 4 gehen? Nee, das checke ich nicht! Okay, da habe ich noch ein bisschen... Ich drücke jetzt mal... Wir gucken mal, was passiert, wenn ich auf 4 drücke! Ach, das war rot! Ah, okay! Letzte Zahl ist ne 4! Letzte Zahl... Letzte Zahl ist ne 4! Jetzt habe ich es gecheckt! Letzte Zahl ist ne 4! Wo sind die anderen Zahlen? Da! Drei! Gelb ist 3! Das war gelb! Okay! Drei 4! Drei 4! Ich kann ja auch nicht nach unten gucken oder so! Nee, das bringt einfach nix mit der Maus! Blau 7! Okay, 7, 3, 4! 7, 3, 4! Ich schiebe Türen! Riesi Spoiler hier, Alter! Das ist ja... Oh, da! 5! 5, 5, 5! 5, 5, 7, 3, 4! 5, 7, 3, 4! 5, 7, 3, 4! Danke! Ohne euch hätte ich es auch noch nicht geschafft! Danke! Äh, lasst mal ein Abo da! Äh... Sonst! Äh... Subpumps sind gewünscht! Äh... Knall doch mal was raus hier! Wie schaut's aus? Ich lebe... Ich lebe hier gerade meinen Traum! Ich lebe hier gerade meinen Traum! Ich... Ne, ich spiele... Ich spiele meinen Traum! 50er ist okay! Ich weiß ja, du bist... Wischen... Wischen knatschig und so, das weiß ich! Also 50er ist... Äh... Völlig okay! Völlig in Ordnung! Aber guck mal, das ist... Du solltest dein Gesicht öfter zeigen! Schönes Gesicht! Hä? Warte, 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 warte! Was ist hier los? Warte, 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 warte! Ich glaube, das war nicht nur irgendwie... Durchgehend Lobs hier! Okay... Die wurde halt geleakt! Jetzt kommt nämlich... Jetzt kommt nämlich... Jetzt kommt die... Jetzt kommt die dunkle Seite! Jetzt kommt die dunkle Seite des... Des... Des Fames sein! Da! Da geht's los! Da geht's los! Ich spiel meine Spiele im Stream weiter! Und wird es dir leid tun! Kann ich nicht antworten? Ich würde keine antworten! Ne, nicht blockieren! Och man, der macht mir Spiele! Der ist doch voll nett, der Typ! Das ist doch voll nett, der Typ! So! Aschka! Ja! So zu lesen hier! Bin gerade auf der Arbeit, können wir uns morgen treffen! Wir besprechen das morgen persönlich! Mach dir nicht zu viele Gedanken! Alles klar, danke! Okay! So, hat geklingelt! Wird ja wohl einfach nur Pizza sein! Vermutlich! Wenn da jetzt einer reinspringt, bin ich raus für heute! Mach doch trotzdem auf! Ich werde immer auf dich aufpassen! Das ist doch nett! Jetzt! Mach doch mal die Tür auf! Da kann ich nicht die Tür aufmachen! Einfach mal gucken, wer da ist! Sammle Müll aus den Mülleimern deiner Wohnung! Sammle Müll aus den Mülleimern deiner Wohnung! Das klingt aber ein bisschen verkehrt, oder? Ich werde immer auf dich aufpassen! Ich werde immer auf dich aufpassen! Du musst dir mal vorstellen, ey! Irgendwann kommt so... Sehe ich so Matti, wie er hier so vor meinem Kellerfenster hockt! Hör dich feiern! Hör dich feiern! Finster auf! Dierchen auf! Abfahrt! Ne, das wäre schon creepy! Ne, das wäre schon creepy, Matti! Lass es lieber! Das wäre schon creepy! Melde dich vorher einfach an! Und komm durch die Haustür! Das wäre auch geil! Ähm... Aber das klingt ein bisschen so, als wenn ich jetzt den Müll aus den Mülleimern rausnehmen soll! Ich schätze ja mal die Mülltüte vermutlich, ne? Du hast eine neue Nachricht! Wieder von Unbekannt! Na dann mal... Er damit! Nichts zu blockieren bringt nichts! Hör einfach auf! Hör einfach auf das, was ich sage! Ja, wir zocken können wir... Jetzt können wir das Spiel gleich weiterzocken! War doch ganz cool! So, Müll sammeln! Klappt einwandfrei? Nicht! Er macht es einfach nicht! Warum tut er es nicht? Ich kann keinen Müll sammeln! Muss ich hier essen oder was? Okay, hier hat es geklappt! Perfekt! Ich habe mein Inventar! Habe ich Müll! Huch! Wo ist das denn geschmissen? Hä? Was sollte ich das von da nach da bringen? Das ist also das Ziel! Aha! Warum macht man denn sowas? Ich meine die Mülltonnen sehen nicht so aus, als wenn das jetzt irgendwie automatisch nach draußen gepfeffert wird oder so! Warum bringe ich denn jetzt den ganzen Müll in eine andere Mülltonne? Hauptsache eine knallrote Waschmaschine! Jo, einfach überall ist alles voll! Ach! Und jetzt! Wie kompliziert kann man sich das machen? Zur Müllsammelstelle! Wo ist Müllsammelstelle? Da unten anscheinend! Gehe ich jetzt barfuß? Ich habe Schuhe an! Was ist da los? Kann ich das irgendwie einfach runterpfeffern? Hält ihr Bock auf Japan? Jetzt mal ehrlich? Oh wo ich das gerade sehe? Meine Frau ist heute... Moin! Okay! Alles cool bei dir? Wollte nur den Müll kurz wegbringen! Ach! Hier gehts gar nicht lang! Perfekt! Wirds auch einsteigen können sonst! Ähm! Ich brauche einen Code! Anscheinend doch nicht! Er sammelt auch Müll! Okay! Aber wenn er schon dabei ist! Würdest du das mitnehmen hier? Ja! Ich werde es nicht los! Wo ist denn die Müllsammelstelle? Als ob die jetzt doch tatsächlich so weit weg ist! Meine Frau ist heute auch mal wieder im Fahrstuhl stecken blieben! Hat sie mich angerufen ob ich früher Feierabend machen kann! Weil ich die Kinder abholen muss! Ich sag wie lange willst du da drinnen rumstecken! Als ob die sie da drei Stunden lang drin lassen! Oh Alter! Was ist es für dir? Alles cool? Okay! Ne du bist... Ihr packt den Scheiß doch da rein! Mach dir das sogar auf! Ne? Ah! Okay weiß ich nicht! Du bist mir irgendwie ein bisschen... Ich bin nicht ganz geheuer! Ja ich... Ich fau erstmal wieder ab! Die Geräusche finde ich gerade ein bisschen... ...meckwürdig! Ne aber sie war froh... ...dass sie ihre Currywurst mit hatte! Im Fahrstuhl! So! Ich bin doch wieder hoch! Oder was? Wo habe ich gewohnt? Ich habe vergessen zu gucken wo ich gewohnt habe! Spielt das eine Rolle? Wo ich drauf drücke? Ne ne? Ich komme direkt zu deiner Tür! Du kannst also drinnen warten! Oh! Das sieht hier so aus als wenn ich hier gewohnt hätte! Was zum Teufel ist das hier? Kann man auch nichts sehen! Mal durch den Briefschlitz gucken! Das wäre auch geil! So! Was ist das? Antivirus! Keine Bedrohung! Klasse! Perfekt! Ausfall an Kleidung! Ich bin da! Das ist auch immer geil oder? Und das ist die Realität! Das Leute schreiben ich bin da und dann wirklich entweder auf dem Hof fahren oder klingeln! Wo soll ich jetzt wissen ob das diese Asuka ist oder nicht? Vielleicht war das auch Nathalie! Ich will Nathalie gar nicht! Hi! Sehen wir uns? Okay! Sie ist es! Sie ist da! Ob ihr es glaubt oder nicht? Sie ist wirklich da! Reden wir später? Lass uns erstmal ausgehen! Wo ist sie jetzt? Achso da steht sie! Ihre Bestellung bitte! Heißer Kaffee oder Eiskaffee? Heißer Kaffee oder Eiskaffee? Ganz klar! Eiskaffee! Oh ne komm! Natürlich was zu essen! Matcha Kuchen! Ich bin so verloren in Japan weil ich keine Ahnung habe was diese ganzen Sachen sind! Ihre Bestellung können sie dann an der Theke rechts abholen! Hast du schon bestellt? Ja sicher! Ne! Mein Eiskaffee wird kalt! Ah nix! Gib mir das Essen jetzt! Gib mir das Essen jetzt! Gib mir mal den Kaffee fertig! Na? Ja! Alter! Wie viel ist denn das? Ob das jetzt doch interessant war? Ich bin mir nicht sicher! Ich habe keine Ahnung ob das interessant gewesen war! Es war dumm! Es war dumm es weg zu skippen! Okay! James! James ist auch am Start! Entschuldigen Sie junge Frau! Guten Abend! Ich möchte Ihnen eine Frage stellen! Ist das da eine Freundin von Ihnen? Ja sicher! Es freut mich zu hören! Ich mag den Kaffee hier! Super! Aber der Geschmack verändert sich immer wenn bald was passiert! Der Geschmack verändert sich immer wenn bald was passiert! Okay! Es schmeckt wieder seltsam! Wer das Gefühl nicht los mit dem stimmt etwas nicht! So sicher Japan auch sein mag! Nicht jeder hat noch alle Tassen im Schrank! Man muss also immer auf der Hut sein! Ich habe so ein Gefühl dass wir uns wiedersehen werden! Perfekt! Passen Sie bis dahin auf Sie auf! Du da hinten hast du mir schon auch noch was zu erzählen! Oder er hier? Oha! Oha! Das ist ein bisschen ekelhaft! Ey! Bist du der Stalker? Spiel durchgespielt! Spiel direkt durchgespielt! Ahhhh! Hasaku! Wo bist du nur hin? Es gab noch so viel dass du mir hättest beibringen können! Ohne dich kann ich nicht weitermachen! Es gibt noch viel zu lernen! Warum?! Hier sagt Mikramix! Ich muss meine Bestellung abholen! Ja! Nice! Danke! Wegknall mir! Du meintest man konnte dein Gesicht im Stream sehen! Was ist passiert? Dein Avatar war auf einmal verschwunden! Oh! Kann so was passieren! Hast du dein PC schon auf ihren geprüft? Sicher! Wurde dein PC vielleicht gehackt! Weißt du noch was du während des Streams gemacht hast? Das muss es sein! Das muss es sein! Das war vielleicht ein Fan! Am Ende des Tages weißt du aber nicht was für eine Person wirklich denn da steckt! Du darfst nicht einfach irgendwelche Dateien öffnen! Echt mal! Du hast die Finger von dem Spiel ja! Ja! Wird ja nix! Aber! Ist das ein Problem! Oh ja! Wer ist er? Warum guckt der mich so an? Vielleicht kann ich dir helfen! Moin! Was war das denn, Alter? Das war schon ein bisschen creepy. Das ist furchterregen. Es zu ignorieren, könnte es noch schlimmer machen, richtig? Wenn das Spiel selbst okay aussieht, wäre es wahrscheinlich besser, es weiter zu streamen. Ja, wollen rein da. Im Nachhinein betrachtet war es, denke ich, nicht die beste Idee, deinen echten Namen Nina für deinen Streamer-Namen Sandra Nina zu benutzen. Sandra Nina. Ich spreche das alles hundertprozentig so tausendmal falsch aus. Sorry, ich weiß, hinterher ist man immer schlauer. Wie dem auch sei. Dass ein paar Fans dein Gesicht gesehen haben, sollte kein allzu großes Problem sein, oder? Was soll schon passieren? Das Gebäude, in dem du wohnst, hat automatisch verregelnde Türen. Mach dir keinen Kopf. Das bringt nichts, dich den Kopf zu zerbringen, richtig. Ach, übrigens. Hast du nicht erzählt, dass du mit deinem Freund Schluss gemacht hast? Warum? Was war los? Ich mach mir ein bisschen Sorgen. Wo ist das Leben hier? Ist so... Gut, wenn du über noch was sprechen willst, lass es mich wissen. Ich will ihn mal hinterher hier. Oh! Was tut er? Ich kann es aber auch nicht erkennen. Er hält einfach nur seine... Macht er Ficko? Macht er einfach Ficko? Ist das hier ein Teddy-Ficko? Oder was macht er da? Ich will ihn mal hinterher... Ich will ihn mal hinterher... Sie hat den Kuchen nicht gegessen. Einfach den Kuchen nicht gegessen. Hat Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ich ruf mich jederzeit an, ja? Wir sehen uns. Oh, ciao. Oh, warte. Der Penner steht bestimmt da drin. Der Penner steht bestimmt da drin. Steht doch nicht. Der Penner steht bestimmt da drin. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020